Das ist Tessie. Tessie ist ein ganz normaler Teenager. Sie lebt in London, sie hat eine Schwester und sie ist immer voll hip und angesagt. OMG, Tessie, du siehst heute wieder voll hip aus. Ja, danke schön. Tessie ist halt immer hip und angesagt. Ihre Schwester allerdings besitzt diese Fähigkeit nicht. Ja, sie hat halt die Attitude nicht dazu und auch nicht das Flair. Hip zu sein, das muss man fühlen und man muss dafür auch so ein bisschen geboren sein. Und das ist sie halt eben nicht und deswegen bin ich halt hip und sie nicht. Auf Instagram hat Tessie mehrere tausend Follower. Ihre Schwester allerdings nicht. Wir wünschen Tessie alles Gute für die Zukunft und noch viel Spaß beim Skateboarden. Ich möchte auch hip sein.